Ein zentraler Punkt, warum Cybermedia genau der richtige Arbeitgeber, gerade auch für Auszubildende ist, dass hier den Leuten wirklich Vertrauen entgegengebracht wird. Ich habe selbst 2003 hier direkt nach dem Abitur gestartet und konnte selbst erleben, dass hier den Mitarbeitern Raum gegeben wird, um zu wachsen und auch die Bereitschaft und die Einsicht besteht, dass zum Wachsen eben auch mal gehört, Fehler zu machen. Hier bekommt ihr die richtige Unterstützung, um euch weiterzuentwickeln und ins Berufsleben einzusteigen.